guten tag oh mein gott das milcher zeugnis wenn du fragst du ja wolltest es kaufen oder direkt wenn er mal pinseln vorgeschlagen 8 von wegen mager quark dass das feinste sagt ihnen er könnte wenigstens zurückschreiben dass er heute keine zeit hat was sind denn allah bolika heißt anabolika also die allah bolika sind wahrscheinlich diejenigen wo du nur allah anbetet und dann dinge tust möchte ich jetzt nicht ausführen dann geh mal dran den teppich nach außen drehen so wie ein kompass ist gut naja 90 grad dazu ist jeweils nord und süd von hinten dran ist westen wenn du von westen den stoß spürst solltest du aufpassen was da passiert alter ich will was trinken wenn es von westen drückt hat es vorsten problem ei 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 guck drum an wenn der wind weht wenn der wind von süden weht wird von links nach rechts geklebt oh gott hilfe nein nein fliegen so zwei ballons durch die wüste sagt der eine zum anderen ey alter pass mal auf ich glaube da vorne kommt ein kaktuss das war er das war er oh gott vergiss nicht flach würdest du einspeichern kann ich nicht mag er geht ah doch ging noch führlich hoch mit snap schlach blitzkopf flach blitzkopf lache blitzkopf schloss blitzkopf lache blitzkopf schlönしょう blitzkopf schlön blitzkopf schlön blitzkopf schlön sehr schön was schießt mich hier ab greff oder raider wer rennt denn da ich nicht gegner Jetzt ist er tot. Gut war das. Cap minus. Cap. Minus. Ja, eigentlich schon. Stop the storm. Meine Herren. Loll, hier liegt einer im Busch und kämmt. Macht nix. Spielerscape. Loll, was zum Geil. Noch ne Lapskarte, ich geh kaputt. Ich sag ja, die Runde war ergiebig. Drei Mille? Junge, Junge. Ich hab zwei Lapskarten gehabt. Eine von, ja wie gesagt, André. Und einen Typ, den ich gerade... Der lag im Gebüsch, der hat sich im Gebüsch gesonnen. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Er war beschossen. Nachladen. Eins war ja dann noch gefressen in den Balzen. Minus. Oh fuck, Alter. Es geht ab, Alter. Er war ja dann einfach oder weinig. Na schieffend Arm mal. Er war's, ja. Keine Ahnung. Schwer. Er war's. Er war's. Kennt ihr den Ausdruck Kaffee-Aim? Dann ist bei mir gleich die Phase. Sprachen lernen mit Bubble. Kaffee getrunken, dann habe ich Kaffee-Aim. Und das ist nicht gut. Boah, was? Was verdannst du denn, Alter? Ich bin rein, der Typ dreht sich um. Ich drücke ihn, keine Ahnung, 10 Schuss rein und falle um wie Obst. Weil er mir genau in die Birne schießt. Ich bin ein Fängern. Steps. Brücke. Ja. Bullshit. Rot. Warte, ich muss gerade mal nach. Von unten. Ja. Ne, ne? Scheiße. Keine Munition mehr. Ein hoch. Ja, ist total. Du kommst hier hoch. Nein. Ich hab ihn. Boah, fall um, du Obst. Oh. Oh, kann jetzt. Trieb auch noch wer. Aber drüben ist noch irgendwas zu kriegen. Minus. Minus. Händen. Minus. Du hast gerade einen Typ hinter dir. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, wenn es der Faller ist. Ja, hat ihn verraten. Minus Vanguard. Okay, Mann, Spieler, kein Bock. Okay, doch. Und raus. Leute, Steps. Steps. Oberhand. Fast linke Seite. Granate. Noch eine Granate. Der ist da. Unter dem. Fängt, ja. Ist umgefallen, glaube ich. Ah, ich hab nämlich eine Granate erwischt. Nice. War er allein? Ha! Sorry. Ich bin tot. Was? Alter, oh nein, Alter. Meine Granate hat dich erwischt. Scheiße. Nein, warum soll ich? Du musst ja eine gewisse Form der Eigenständigkeit bewahren. Alter. Ja, aber warum schießt du auf mich? Was für Eigenständigkeit. Ich hab das jetzt eigenständig und eigenmächtig entschlossen, in eine Richtung zu schießen. Was wollen wir nicht treffe, du Hampelmann? Du Hampelmann? Hände er mich ein Hampelmann? Ich glaub's gar nicht. Mann, das ist so frustrierend. Bist du das? Ich bin, ich bin gerade getrackt worden. Ah, das war ich. Oh, sorry. Ich dachte, das war ein anderer Spieler. Mann, weil der so schlichen ist. Alter. Ich sag dir doch. Du bist ja außerhalb. Ich dachte, du bist innerhalb. Nein. Komm, hol dir den Schlüssel und die Keykarte ab. Ich schaff's eh nicht. Ja, warum du mal redest, der irgendwie fehlt hat. Da läuft gerade was. Da ist was gelaufen. Hier in den Gesenken. Das ist ein Scrap. Aber es ist kein Scrap dahinten, was da läuft. Was bin ich? Wieso bist du da vorne, Mimmelsweg? Ich war doch die ganze Zeit in die Richtung, Alter. Was ist los? Alter. Das bin ich. Ja. Ach, Bro. Was denn? Jesus. Was ist los? Ich dachte, du weißt, wo ich bin. Nee, ich hatte dich links von mir auf dem Schirm. Nee. Komm, Alter. Das gibt's gar nicht. Was überlebt der denn? Ach, komm. Oh, komm, Alter. Oh, das hätte jetzt schief gehen können. Oh, hinter uns. Ach, da ist der. Oh, geil. Oh, komm, Alter. Och, Mann. Komm, verpiss dich doch, du.